Und haben hier einige meiner Meinung nach höchst interessante Geräte. Man sieht hier unten einen sogenannten Hornstrahler. Wir werden uns jetzt mit 10 Gigahertz schwingenden elektromagnetischen Wellen, also Radiowellen, also noch höher, viermal, fünfmal so hoch wie es beim Handy gewohnt ist, beschäftigen. Und ich kann da noch einzelne Dinge sagen, aber nur so viel. Wir nehmen deswegen Hornstrahler wegen der hohen Frequenz. Wer mal sich die Handyantennen anguckt, die sehen dann auch so ähnlich aus. Ach, naja, es ist zu viel Sonne. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, dass unsere, das Radiowellen, das Licht, das Wärme und so weiter, das ist alles elektromagnetische Wellen sind. Und wir haben hier dieses Glück mit einem Höchstfrequenzsender, 10 Gigahertz Sender und einem entsprechenden Empfänger und einer Empfangsdiode. Mal verschiedene Versuche durchzuführen und zwar mit verschiedenen Materialien. Und werden sehen, wir alle wissen, dass eine Sammellinse, na, wo haben wir sie? Das ist sie nicht. Dass eine Sammellinse hier, die entsprechend etwas vergrößert, die auch Brennpunkte erzeugt. Hier haben wir einen Brennpunkt. Dass eine Sammellinse ja Licht, was ja auch elektromagnetische Wellen sind, Licht bündelt. Und etwas Ähnliches, was also so aussieht, von der Seite gesehen, wie eine Sammellinse, haben wir hier eine konvexe Linse, aber aus Plastik und da scheint nichts durch. Also, na gut, ein bisschen vielleicht am Rand würde man es sehen. Aber wir werden auch sehen, dass damit es möglich ist, Radiowellen zu bündeln. Und das hören wir, das erläutern wir noch. Aber jetzt mache ich erstmal kurz Pause und werde das Video dann zusammenschneiden.